Die kommt nicht mehr raus! Ich hab nen Rope. Wir können mit dem Rope raus, wenn Du möchtest. Ja, wir brauchen mal. NEEEEINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN tracker. Kannst Dich ne Ferro ein bisschen heilen? Ich hab... das Rope nicht mehr scheiße! Das ist blöd, ne? Ach komm, die müssen jetzt bleiben wir unten, wenn wir die reinkommen, dann gehen wir raus und erschießen. Okay. Oh, wie geil. Jetzt wird hier keiner an dem Scheiß-Brunnen. Ja. Ist doch mal voll viel Smoken. Smoken mach mal, ja. What the f- Die kriegen wir uns ja nicht. Nein, nein. Oh gut, die ist rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist rausgeflogen. Und wieder runter. Wie geil. Komm in hier, komm in. Sag mal, solche Reigen in den Boden kommen. Mach mal Marka hierher. Versuch's, ich kann nicht. Wir sehen uns nie in den Boden, also ich weiß, wir haben zwar nicht viel Spielspaß, aber wir halten dieses Dorf. Ja. Hey, ähm. Waschern- Waschern- Oh, er ist tot. Ja. Komm das her, aus Süden, ne? Das ist tot, hast du nehmisch. Granate, granate. Ist egal, die fließe nicht hier rein. Oh, er ist da. Er ist ungefähr auf 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okay. Okay. Dann machen wir auch. Ammunition, Alter. Das ist okay. Die können wir von nicht hier kriegen. Ich bin sicher da hinten. Das ist 2, 1, 0. Scheiße. Der ist, der ist in dem Haus. Ich hab mal nicht. Ich hab mal nicht. Oder ich. Ich weiß nicht. Wir haben vor die Deckung, ey. Wie geil. Scheiße. Ich nehm es hier alles auf. Wir kriegen... Nein! Ich bin da! Bei 3, 3, 0. 3, 3, 0? Ja. Wie weit entfernt? In dem Gebäude. 15 Meter. Alles klar.